Willkommen Leute zu einem neuen Video. Ich habe ein richtiges OP-Deck herausgefunden. Das ist einfach mega OP. Ja, mehr erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Ciao! So, da bin ich auch schon wieder. Ihr könnt euch auch sehen, dass ich... Hier steht Sieg, Niederlage, Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg, Sieg. Niederlage, Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg, Sieg, Niederlage, Sieg, Sieg. Ja, man ist einfach mit diesem Kit extrem gut. Ich mache mal einen Kampf auf dem Trainingslager. Mal sehen. Das funktioniert einfach dann so gut. Weil dann hat die immer diese gleiche Taktik. Ich... Immer wenn ich die Hexen zum Anfang habe, place ich die irgendwo in der Ecke. Wenn der dann damit kommt, setze ich hier immer so. So. Mach mal etwas leiser. Place ich hier den Mini-Paker. Hier dann noch die Kurbel hinterher. So. Dann haben wir auch schon direkt diesen Turm, glaube ich. Ja. Den Turm haben wir dann schon. Man kriegt einfach extrem schnell damit die Türme. So. Jetzt kommt auch noch der Ritter hinterher. Und man gewinnt oder verliert ganz schön. Also gewinnt tut man die Runde sonst ganz schön schnell. Ein, zwei, drei. Und da setze ich jetzt nichts hin, weil wir jetzt schon gewonnen haben. Ja. Wie ihr wisst, das Kit ist einfach so OP. Wenn ihr das Kit gut findet, lasst ein Like da. Ja. Ja. Ich würde... Ja. Das war es auch schon im Video. Nächstes Mal mache ich das erste Mal ein Chest Opening. Jo. Das war es dann auch schon. Ich sage dann... Ciao.